Und in Berlin begrüße ich jetzt Philipp Amthor. Guten Abend, Herr Amthor. Schönen guten Abend. Herr Amthor, Sie sind ja der jüngste CDU-Bundestagsabgeordnete. Sind Sie denn erfreut über die Verjüngung an der Fraktionsspitze? Naja, wir haben also durchaus einen turbulenten Tag erlebt gestern, das kann man sagen. Und ich glaube, wir machen jetzt das Beste daraus. Es sind zwei Signale, die vom gestrigen Tag ausgehen. Man muss einerseits sagen, Dank an Volker Kauder für 13 Jahre Einsatz an der Spitze der Fraktion. Das war eine wirklich harte Aufgabe und er hat auch Vertrauen vieler Kollegen gehabt. Ralf Brinkhaus hat mehr Stimmen auf sich vereinigt und ich bin sicher, dass mit ihm jetzt aber auch die Sacharbeit wieder weiter einziehen kann und dass wir nach den vielen Personaldiskussionen der letzten Wochen uns jetzt mehr wieder den Sachthemen widmen können. Das waren ja 125 Stimmen eben für Ralf Brinkhaus, 112 für Kauder dann. Ist das jetzt eine gespaltene Fraktion, der Sie da angehören? Nein, das würde ich nicht so sehen, sondern ich finde, das war erstmal ein demokratischer Prozess. Und wenn man zwei Bewerber hat, dann gehört das auch dazu, dass man dann darüber abstimmt und dass einer dann mehr Stimmen bekommt. Und unterm Strich finde ich eines wichtig. So wie ich die Stimmung in der Fraktion aufgenommen habe, war es zuallererst eine Wahl für Ralf Brinkhaus, der viel Unterstützung für seine Ideen bekommen hat und weniger eine Abstimmung gegen Merkel oder gegen Kauder. Also Sie sehen keine Kanzlerinnen-Dämmerung oder eben schon, es gibt ja auch noch bösere Kommentare über Angela Merkel jetzt. Nun, ich glaube, manche wollen diese Kanzlerinnen-Dämmerung jetzt herbeireden und an vielen Stellen ist das natürlich eine erwartbare Empörungsrhetorik der Opposition. Ich finde, wir sollten das nicht alles für bare Münze nehmen. Natürlich ist klar, Angela Merkel hätte sich einen anderen Ausgang der Wahl gewünscht, hätte sich gewünscht, dass Volker Kauder Fraktionsvorsitzender wird. Aber das ist ein faires Verfahren gewesen und Ralf Brinkhaus hat ja unmissverständlich klargemacht, dass er jetzt an der Seite der Kanzlerin steht. Und ich glaube, auch in dieser neuen Teamkonstellation können wir dann was Gutes auf die Beine stellen. Manche haben das ja beschrieben, dass Volker Kauder und Angela Merkel so eine Art symbiotische Beziehung hatten. Wo sehen Sie denn jetzt die Gemeinsamkeiten, die die Fraktion noch mit der Bundeskanzlerin und Parteichefin hat? Naja, wir arbeiten auf der Grundlage des gemeinsamen Koalitionsvertrages. Und wir haben vor allem natürlich auch Gemeinsamkeiten entlang von Inhalten. Das ist das Wichtige. Und ich bin wirklich froh jetzt, dass nach Zitatdiskussion, nach Personaldiskussion, jetzt wir uns mehr auf die Themen fokussieren können. Und die Bundeskanzlerin hat dann auch den Rückhalt von Ralf Brinkhaus und den Rückhalt der Fraktion weiterhin. Die Frage stellt sich für uns jetzt nicht, sondern wir wollen jetzt an unseren Themen vorankommen. Und wie gesagt, das ist bitter für Volker Kauder. Aber mit Ralf Brinkhaus geht es jetzt auch mit neuem Schwung voran. Sie sind ja auch Mitglied im Bundestagsausschuss für die europäischen Angelegenheiten, also für die EU. Ist das Thema EU, wo es unter Ralf Brinkhaus vielleicht eine andere Tendenz gibt der Fraktion als unter Volker Kauder? Ich finde jedenfalls, dass Ralf Brinkhaus jemand ist, der sich sehr kenntnisreich dem Thema Europäische Union angenähert hat. Er hat in der Fraktion ja wirklich sich sehr viel Anerkennung dafür verdient, als er auch inhaltliche Entgegnungen gemacht hat auf die Vorschläge vom Präsident Macron. Und ich finde richtig, dass wir auch ein Selbstbewusstsein haben beim Thema der Europapolitik und insbesondere der europäischen Finanzpolitik. Denn wir müssen sehen, wir als deutsche Bundestagsabgeordnete sind die, die zuallererst auf den Bundeshaushalt gucken müssen und nicht Brüssel. Also da gibt es dann unter Umständen Diskussionsbedarf, formuliere ich jetzt mal sehr höflich mit der Bundeskanzlerin. Nun, ich denke, das liegt viel weniger an der Bundeskanzlerin als daran, dass wir in dieser neuen Regierung natürlich mit Olaf Scholz einen SPD-Finanzminister haben, bei dem vielleicht etwas weniger Grundvertrauen bei der Europapolitik da ist, als wir das zu Wolfgang Schäuble hatten. Und deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, dass wir auch auf dem Hintergrund des Europaprogramms der SPD immer wieder schauen, dass wir nicht leichtfertig mit dem Geld der deutschen Steuerzahler in Brüssel umgehen. Aber trotzdem ist eines wichtig, unabhängig von dieser Positionierung sind wir natürlich eine pro-europäische Fraktion und wollen die Europäische Union voranbringen und das auch mit Angela Merkel zusammen. Also gemeinsam mit Angela Merkel nach vorne, nicht nur in Fragen Europa, sondern auch in anderen. Philipp Amthor war das von der CDU-Bundestagsfraktion. Vielen Dank. Danke, schönen Abend.